und damit herzlich willkommen zu let's play war for the overworld also ich möchte ja jetzt ein paar folgen machen in denen ich gucke dass ich die erhungenschaften hole fangen wir erst mal an mit oberrons heimatreich was kann ich da welcome back under lord you've been reborn from the swirling mist of the ether at a most opportun time i've been looking for someone to spearhead my campaign but before we get stuck in we'll have to refresh that old mind of yours kerry hat zurück wenn du mal eine atempause im kampagnen alltag brauchst oder deinen dungeon wo wir ja ausstatten möchtest okay machen wir also ich soll immer zehn minuten hier reingehen kurz die stufen der generierung feindliche einheiten wird erhöht oder verringert aktuelle stufen 0 ok nee das habe ich mir anders vorgestellt wie komme ich hier raus beenden ja das machen wir doch mal anders ich glaube dann lasse ich einfach diese errungenschaft mit denen du musst sehen also irgendwas musst du machen dass zehn minuten zuhören soll es keine ahnung hier im heimatreich kann egal dann einfach mal von vorne an ok 5 minuten 5 x 5 und refugel im schlachthaus ok schnauze wo sind meine diener verdammt als mal das geht nicht Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your luckies get to work, look to the east of your dungeon core. This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Audio workers to dig up to it now. Okay, könnte knapp werden, weil ich keinen neuen Arbeiter dazu packen darf. Das ist schwierig. Das muss ich vielleicht zweimal machen, einfach. Einmal für die Zeit, einmal für... First, you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tiles. Most rooms must be built at least three by three in order to function properly. Though the lair and vault are effective at any size. And not outside of combat, Gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click, as you find them slouching off. Then deposit them anywhere within your dungeon. Not outside of combat, make that now. For further entertainment, you can always put yourself directly into their heads, by casting possession upon them. Okay. Baut, fertig. Ja, jetzt gib mir die anderen Räume, verdammt. Oh, gemacht. Wie soll ich denn das schneller machen? Der Lava, der so lange soll. Well done. Aber sieh, wie eure Goldreserven sind geplettet worden. Command your workers to mine some of the nearby gold, by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16.000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pan. This room produces scores of micro piglets. A delicacy that will sustain the weak flesh of your minions. By filling their belly with succulent pig flesh. Ja, es wird echt schwierig, das zu schaffen, weil der labert, also es triggert halt ewig lang nicht. Wie soll ich denn das schneller schaffen? Ja, was, was löst das aus? Your dungeon has been breached. Cast rallying upon these spectres and your minions will immediately salivate the weak bloody havoc. Okay, da muss ich wissen, hier beim Portal geht's dann weiter. Das kann ich aber hinkriegen. Sobald ich die Knarpslinge hab. Well done. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Ah, ganz knapp. Gut, jetzt. Du laberst viel zu lange, das ist das Problem. Deshalb kriege ich das nicht fertig. Hey, das hab ich gemacht. Das hab ich gemacht. Das will ich nochmal. Wieso trickert das nicht? Ich hab alles 5x5 gebaut. Schnauze. Das ist dein Dungeon-Korps. Das Tether, der dir ermöglicht, deine malignende Wille zu manifestieren. Und mach gar weiter. Jetzt reicht das auch, Mann. Das ist dein Dungeon-Korps. Das ist dein Dungeon-Korps. Das ist dein Dungeon-Korps. Minions can enter into your service. But first, you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills. Without the risk of permanent death or disfigurement. Select it. und bilde es, indem du klickst und dringst deine Hand über die gebliebenen Teile dringst. Die meisten Räume müssen mindestens 3x3 gebaut werden, um gut funktionieren zu können. Obwohl die Lair und Valt in irgendeiner Größe sind effektiv. Erstmal... Ich muss hier weiterkommen. Ist gebaut. Außerhalb des Kampfes werden die Gnarlinge sich in deiner Barriken trainieren. Du kannst sie mit einem Klick holen, wenn du sie auslösen kannst. Dann depositiere sie irgendwo in deiner Dundas. Für mehr Untertitel? Du kannst dich immer direkt in ihre Hände setzen, indem sie sie an sie schlagen. Das ist schon ein bisschen nervig. Hier? Die hören immer... Du kannst die Effizienz der Props in deiner Räume erhöhen, indem sie die Wälder am nahesten zu den Räumen fortifieren. Hör auf! Okay, sieht anders aus, weil ich war es nicht richtig gemacht. Sätze mal. Ah, ich komm hier gar nicht durch. Laber doch nicht so viel. Ach, kann man das doch überbrechen? Mit Leertaste kann man das abbrechen? Das ist gut zu wissen. Ja, und jetzt? Dein Dungeon wurde verbrechen. Kaste auf diesen Spectern und deine Minionen werden sofort schlafen... ...eine Minionen werden sofort schlafen... ...eine Minionen werden sofort beschleunigen. Gut. Dann kann ich vielleicht doch beginnen in fünf Minuten. Oh, oh Gott, das ist ja anstrengend. Weil ich hier absolut noch nicht viel machen kann. Los! Was können wir noch schaffen? Ja, und jetzt? Ist das überhaupt möglich, das innerhalb von den fünf Minuten zu schaffen? Das triggert der ewig lang nicht. Ja, alles erledigt, aber es verändert nicht. Ja, ich habe alles gemacht. Du bist auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Jetzt ist es Zeit für ein dicker Chat. Jetzt ist es Zeit für ein dicker Chat. Aber laber mich nicht die ganze Zeit voll, das hilft mir halt einfach nicht. Mit Punkten? Das ist... Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Du wirst jetzt ab, das nicht so. Das ist eine Sin. Und benutze eine Sin, um die Archive zu unlocken. Dieses Raum wird euch mit deinen Minionen recherchieren, weitere Sinnen zu recherchieren. Die können dann beendet werden, um deine verloren Macht zu erinnern. Ich will halt mehr Minions, dass ich das schneller machen kann. Oh nein, das geht schon. Mir egal. Ja, ja, kommt gleich. Die sind aus Magie geboren und brauchen nichts weiter als Magie zum Leben. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich brauche mehr Schlachthäuser. Es kann nur eine einzelne Taverne geben. Ich glaube, wir haben nie gesehen, mehr zu bauen. Nein! Das sollte ich vielleicht öfter mal nutzen. Ich bin dran. 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 Das hier ist auch der Schlachthof. Das hier oben die Taverne. Weiß Archive will ich wieder hier erpacken. Lasst das Gold liegen, das können wir später holen. Ich arbeite hier dran. Ja, ich lasst die Zeit. Du hast eine Perception, Schrein. Komm mal mit. Weitermachen. Nein. Ich habe leider den Blick des Bösen hier noch nicht. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das irgendwie anders finde. Vielleicht hier hinten? Schlafbereich fehlt auch, ja. Mach hier mal weiter. Außer du. Dann kommt hier die Taverne hin. Äh, später. Ja, ja. Dicke, Dicke, Dicke. Der wird auch effizienter, wenn er, wenn er manche Sachen anders machen würdet. okay. ... Oh. Your cultists have worked hard to earn a new sin. Use it within the veins of evil to unlock the tavern. Oh. The tavern is an essential room for keeping your minions fed. As they increase in level, they will eventually rebel if there is no tavern to save their hunger. Build one now. And remember that the tavern is unique and must be built at least three by five in order to be effective. You'll still need a slaughter pen in order to keep your tavern rooms. Ah ja, du laberst so viel. Okay, hier ist nichts zu sehen. You've tagged an enemy's fortified wall. These reinforced structures will take your workers a very long time to move. Okay, let's go. Let's go. Nothing in this life is free, Underlord. And you'll regularly need to pay your minions for their hard work. Be sure to keep an eye on your reserves. But if you don't have enough gold for their wages, they'll be swift to find gainful employment elsewhere. Fortunately, your minions will return some of their earnings, by buying meals within your own tavern. So... What a delicious... ... 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 ich brauche halt viele jetzt macht doch mal wenn ich dumm rum nein bau macht das das ist so schnell abgebaut das planiert dauert viel viel länger und hier auch wieder einzig gemacht das ist die kacke ich hoffe die kommen wieder ja ich bin ja dran scheiße die kommt wieder gut stimmt das kommt im alten dann schon lieber konnte man doch sogar ganz am anfang seine imzimmer ins ding schmeißen damit man ein paar extra ein bisschen extra maler kriegt das planier hier genau a hungry minion can always find work elsewhere build a slaughter pen before your minion starved ich will das versteckte artefakt wieder haben damit wir es erforschen ja ich arbeite dran ich will das versteckte artefakt erforschen naja erkennt auf jeden fall dass es zu klein ist ich bin schneller ja ihr cultist have worked hard to earn a new sin use it within the veins of evil to unlock the tavern the tavern is an essential room for keeping your minions fed as they increase in level they will eventually rebel if there is no tavern to save their hunger build one now and remember that the tavern is unique wir wissen was das kann vielleicht ist das ein level up das wäre ganz nützlich look for a way around hey das ist echt rooms will only attract a certain number of minions before becoming full in order to attract more you will need to expand them nothing in this life is free under lord and you'll regularly need to pay your minions for their hard work be sure to keep an eye on your reserves but if you have not enough gold for their wages they will be swift to find gainful employment elsewhere fortunately your minions will return some of their earnings by buying meals within your own taverns my clients what a delicious Apim hey das dauert ewig bis die da durchhacken nicht weiter not Das dauert ja ewig. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht schaffe, weil das dauert alles viel zu lange, bis die überhaupt auf die Idee kommen, irgendwas zu... Das ist alles mit Zeittriggern, aber... Ich hätte gehofft, dass das ein Erfahrungsding ist, aber nee... Ich bin sogar noch langsamer als vorhin. Wenn ich das nicht besser wusste, würde ich sagen, dass das Empire nicht nicht vorbereitet ist. Um deine Minions zu ignorieren und zu fokussieren auf ihren aktuellen Objektiven zu bleiben, kannst du sie auf die Friedenbundung herstellen. Wenn einige von deinen Minions in Kampf fallen, werden deine Arbeit versuchen, sie zu retten und sie zu ihrem Lager zurückzuziehen. Wenn sie zu retten und sie zu retten und sie zu retten. Dissmisse deine Rally-Flag, um deine Minions zu retten und zurückzuziehen. Dissmisse die Rally-Flag, um sie zu retten und die Minions zu retten. Aber mit Knarzwingen geht das deutlich besser. Die sind halt doch Kronenschweine. Ja... Aber sie sind echt dumm. Könne ich wegen zwölf Minuten haben aber zehn Minuten ist so knapp berechnet. Das Problem bei diesen ersten Aufgaben ist, der sagt ja immer, mach das, mach das, mach das und der lässt dich halt teilweise, das Spiel lässt dich halt einfach nicht weiterkommen, weil du die Sache noch nicht gemacht hast. Das Licht, das Licht ist Gott. Ah, mit Knarzling ist besser, als mit Kürtelten. Aber auch dieses Ding hat halt super viel Leben. Also zwölf Minuten ist schon schwierig. Aber ich bin schneller, eine Minute schneller, aber trotzdem. Es braucht halt alles Zeit, die Diener brauchen Zeit, bis sie durch alles durchgehakt haben. Okay. Das schaffe ich niemals. Versuchen wir mal wieder drei. 16 Minuten. Du machst großartig, Herr Lord. Du wirst zurück zu deinem. Schnauze. Darf ich jetzt wenigstens mal neue Imps beschwören? Das wär schon mal nen Sekt Super-Hilfe. Schnauze. 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 Öffne die Weinen des Weinen. Und jetzt verbrechen sie. Schnauze. Schnauze sie jetzt. Schnauze sie jetzt und eure Minionen werden froh, um die Gefahren für eure Dungeon zu erschaffen. Schnauze sie jetzt. Schnauze das im Westen. Schnauze sie jetzt mit dem Cen intercept. Ja, kein kζ. Rêu das nicht. Dann beden wir mir aus. Kann ich es nicht aus? Wollen wir hier die vor developing dramatically? Jetzt Hilfe gemeint. Den majority Tag die Abwachung. Sie haben eine Verkaufnahme gefunden. Sie haben eine Verkaufnahme gefunden. Sie haben eine Verkaufnahme gefunden. Sie brauchen eine Archive und Kultisk in order to research that Artifact. Ein Narving hat in deinem Dungeon. Sie haben eine Perception-Shrine. Oh, das Neubau ist größer. Sie haben eine Gold-Shrine gefunden. Sie können ein Mind-Less-Bunch sein. Sie können ein Mind-Less-Bunch sein. Sie werden weiterzunehmen, bis Sie sie in der Lage sind. Use Impasse-Flags, um ihre Bewegung zu verhindern. Impasse hat zwei Moden. Einige, um Ihre Arbeitern zu verhindern, zu über die Marktgebung zu verhindern. Und ein anderer, um sie zu verhindern, dass sie komplett über die Tile zu verhindern. Um eine Impasse-Flag zu verhindern, gib sie einfach ein Schlafen. Okay, klick das Icon, um alle Impasse-Flags zu verhindern. Ja, ich habe eine Taverne. Hier muss ein Schlafraum rein. Hier kommt ein Schlafraum rein. Dann warten wir direkt daneben die Taverne. Dann machen wir das auch so. Da kann man sich schön aus... Jetzt macht das fertig! Oh, Daddy! Okay, drei Minuten. Macht gar nicht schlecht bisher. Ähm, mehr Kaserne? Scheiß auf die Spucker! Hab ich nicht ein Artefakt gefunden? Vielleicht habe ich mich geirrt. So, wie komme ich da rüber? Weiter geht's! Na ja, hier könnte ich noch die Werkstatt reinpacken. So, wie denn das? So, wie denn das? Du bist zack, was ich nicht so. So, wie denn das? So, wie denn das? Meine Frä... Halt die Klappe! Jetzt geht's, ich weiß, was der Päder das letzte Mal war. Hau das auf! Hau das auf! Ich hab nicht genug Mana um das zu machen! Hau das auf! Warte! Du hast was auf! Hau das auf! Wow, 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 wow! Oh, ich darf die Treifen an Treifen wir halt an Oh, ich habe wirklich eine Art of Art Sieben Minuten, bisher läuft Ihr werdet alle sterben Ihr könntet ihn am Leben halten Spucker sind nicht zum Kämpfen da Ah, ein Moloch Überwältigt ihn Oh, rücken Ja, er sticht knapp Weiter Wer war das? Wo kommst du denn her? Oh, die können Messer werfen? Das wüsste ich gar nicht Ja, diese böse Tür Allerdings sind wir noch gut in der Zeit Greif doch einfach die scheiß Tür da oben an Zeig die sich hier mit den scheiß Holztüren auf Und noch nicht mal konsequent auch Ich schlag mal die da an Dann renne ich da rüber und schlag die an Ja, mach die Türen, mach die bösen Türen weg Ja, mach die bösen Türen weg Ja, so, jetzt gibt es nur noch diese eine Tür Ja, er rückt sie an Das sieht gut aus Ich bin alleine Er ist zwar Level 5, aber Wo war denn der? Na, wir schaffen es in der Zeit wahrscheinlich Das waren doch 16 Minuten, oder? Ich habe es sogar unter 12 Minuten, wenn sie sich jetzt nicht ewig Zeit lassen Das war die 3 Wie viel Zeit habe ich? Richtig schön Innerhalb von 18 Minuten, versuchen wir es So, als Abschluss für diese Folge Hier, hier, hier Ich muss nur den Schrein zerstören Ich habe mich auch gerade nichts anklicken lassen Die Unterminer 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 will fight until their last breath. They cannot be saved, if they fall in battle. The Occu... An Oculus has entered your dungeon. Ah, ein Goldschrein. Habe ich wieder vergessen tatsächlich. Hier ist das Portal. Ja, ja, ja. Let's go! You cannot lock enough mana. You have claimed the gateway. You have claimed the gateway. Your vault is empty. Your minions have engaged the enemy. Schreibt hier, äh, das ist die Begründung, Markus, die sind... ja von hier, was soll ich machen? pack mal hier drüben die schweinchen rein danke reicht ich will gar nicht so viel Zeit verschwinden ja ja gemacht hier mal ich habe doch genug minions dafür und der gold rein ich kann die besten höhle erweitern sollten auch tun aber das wird herr seine aber brauche ich mehr und dann brauche ich eigentlich auch die bau hier rein die bau hier die bau hier nicht die bau hier die bau hier die bau hier Danke! Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mir kein Gold reinkommt. Ich muss sie gar nicht anstellen. Ich muss sie gar nicht anstellen. Ich muss sie gar nicht anstellen. Ich muss sie hier anstellen. Ihr braucht noch ewig mit dem Gold, oder? Ich muss sie gar nicht anstellen. Ich muss sie gar nicht anstellen. Ich muss sie gar nicht anstellen. Könnte ich einmal noch? Doch, könnte ich. Ich muss sie gar nicht anstellen. Ey, es funktioniert nicht einmal. Das ist ja bescheuert. Was war denn jetzt los? Gut, ihr habt einen Gold dabei. Ja, mach doch erstmal den Lotus weg. Der ist gefährlich. Wo ist der Endgott? Schnauze! Oh, die Taverne fehlt ja noch. Würde ich auch irgendwo hinbauen. Vielleicht hier? Meine Schnauze sind in v Sowings. Your Schnauze sind in v Sowings. Meine Schnauze sind in Vowen. Ich bin in Vowen. Ah, ich bin in Vowen. Oh, egal. ok gegen die waffen kriegen sie auch jeder auf einwand du bist schwer verletzt Gnarling lost Geht auch Ja, du hast jetzt ein Problem In 18 Minuten wird das echt heftig Schrein Du hast einen Schrein gefunden Schrein 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 Ja die Kloben, schön Ich muss wissen welchen Weg die nehmen Da hin Ja 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 Wir irgendwie rüberkommen Toch mal kurz so, als wird man irgendwas Gutes tun und dann Warte mal, hier Mach mal ich schnell weg So Ey Hallo Natürlich viel viel wichtiger als alles andere Alter seid ihr dumm Ja Ja Jetzt hängt es halt hier drin fest, super gemacht Jetzt verlieh ich mal Level 3 Stark Ah Lass das doch Lass das doch Lass das doch Lass das doch einfach gut sein Mach was du willst Ach 18 Minuten Aushalten Ja, ist mir aufgefallen. Danke. Ja, super. Ich überlege gerade, ob ich es einfach sein lasse, weil das ist ja gerade gegen andere Keeper, die ja permanent auch mit Zauber und Swam ist. Und vor allem mit der Blödheit hier. Rennt doch nicht alle da her. Oh. Ja, weil sie halt. Sie kämpfen, rennen aber erstmal in die Not hier rein. Also es ist doch super dumm. Die Einheitenführung in dem Spiel ist nicht gut. Klar, ich habe gesagt, geht hier hin, aber sie waren im Kampf. Das heißt, sie müssten eigentlich gegen die Gegner kämpfen. Das schaffe ich eh nicht mehr. Dann versuchen wir es beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bei, Leute.